Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde dort draußen. Und heute begrüße ich euch wieder zu einem neuen Video von mir auf meinem Kanal. Und wir beschäftigen uns mal wieder mit einer Community-Frage. Ich habe es mit dem Auto wieder ein bisschen gemütlich gemacht. Und Prost für euch. Und der Chris Mann hat nämlich geschrieben und darauf möchte ich ganz gerne mal antworten. Er hat einen relativ langen Kommentar geschrieben, deswegen werde ich den etwas splitten. Und wir gehen erst einmal auf den ersten Punkt ein. Er hat nämlich geschrieben, bis man in der EWTO verteidigungsfähig sei, kann man zwei Jahre rechnen. In der EWTO ginge es um die Kampfkunst und nicht um den Kampf an sich. Und ja, das ist eben das große Problem, was in vielen Wing Chun Linien vorhanden ist. Wenn die Leute zum Beispiel sagen, wir haben zwölf Schüler gerade und ihr müsst diese zwölf Schüler gerade nach oben hin abarbeiten, um nach oben weiterzukommen. Dann wird natürlich das Ganze gestreckt aus Gründen der Kommerzialisierung. Da haben wir ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, der Kommerz im Wing Chun. Und das ist halt immer die Frage, wie man das Ganze trainiert. Also wenn mein Fokus darauf liegt, meine Leute gut zu machen, so wie das zum Beispiel bei mir ist, dann darf es nicht sein, dass es zwei Jahre braucht, dass die Leute verteidigungsfähig sind. Dann müssen die Grundkenntnisse und Grundtechniken von Anfang an sofort trainiert werden. Wir müssen sofort in den Infight gehen. Wir müssen mit dem Sparring beginnen. Die Leute müssen sofort rangeführt werden. Wir brauchen den Körperkontakt sehr, sehr schnell. Wir können natürlich nicht bei 100 Prozent anfangen. Wir müssen die Leute natürlich langsam dran gewöhnen. Das ist doch ganz klar. Aber der Fokus sollte sein, dass sich die Leute draußen verteidigen können. Und da ist natürlich immer die Frage, wofür trainiere ich jetzt meinen Wing Chun? Wofür trainiere ich diese Kampfkunst? Mache ich das eben primär für die Kunst oder mache ich das primär für den Kampf? Und das ist wirklich eine Frage, die du dir stellen solltest, wenn du in einen Wing Chun Verein oder Verband gehen solltest. Vereine sind es ja größtenteils nicht. Es sind ja kommerziell aufgebaute Strukturen. Und du musst dir eben die Frage stellen, na, was will ich eigentlich? Will ich mich verteidigen oder will ich mich nur ein bisschen bewegen und kämpferische Aspekte da drin haben? Und das ist ganz wichtig zu wissen, dass es also viele Verbände gibt, Augen auf und Obacht. Habe ich das Ziel, mich schnell selbst verteidigen zu wollen, dann wäre es natürlich fatal, wenn ich erst einmal durch zwölf Schüler gerade durchlaufen muss, um dann irgendwann mal das Wissen zu haben, wie es dann auf der Straße eventuell funktionieren könnte. Ist natürlich aber immer vom Verband abhängig, aber die meisten scheinen offensichtlich nicht so zu trainieren. Zumindest meldet ihr das immer aus der Community zurück, dass man sagen kann, nun ja, ich fühle mich jetzt für den Angriff auf der Straße gewappnet. Chris Mann oder Chris Mann, du hast natürlich weitergeschrieben, ähm, das möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Chisau kann funktionieren, gegen einen trainierten Boxer allerdings kaum beziehungsweise schwer kleben zu bleiben, wenn jemand Jab Cross Hook in einer Sekunde rauspfeffert. Das stimmt. Hm, komisch. Und dann funktioniert nämlich plötzlich das Chisau nicht mehr. Also das ist ja immer das, was ich in ganz vielen Videos propagiere. Das klassische Wing Chun. Das Wing Chun ist nicht für Sparring geeignet. Das klassische Wing Chun für Sparring, wo du jetzt mit einem Boxer zu tun hast, der sich komplett auf dich einstellen kann, dafür ist Wing Chun leider nicht geeignet. Ja, und es wird leider auch nicht so trainiert. Im besten Fall sollte es dafür natürlich auch wirkungsvoll sein und, äh, auch dominieren können. Aber wir müssen uns nichts vormachen, das ist selten der Fall. Wing Chun ist für die Straße, ja, für die Prügelei auf der Straße. Und nichts für ein Sparring im Ring. Und da gibt es natürlich schon ein Video, das habe ich mal gemacht hier oben, die Wahrheit über Wing Chun. Da habe ich das nochmal ein bisschen genauer erklärt. Ich will jetzt hier gar nicht mich in den Details verlieren. Und das stundenlang begründen. Die, die meinen Kanal kennen, wissen, wie ich darüber denke. Und da könnt ihr euch das Video da oben mal angucken, was ich gerade schon mal verlinkt habe. Die Wahrheit über Wing Chun. Da geht es irgendwie auch darum, ha, Sparring, macht das Sinn oder nicht? Oder wie sieht das aus? Natürlich müssen wir sparren, auch im Wing Chun. Auch wenn es woanders vernachlässigt wird. Ohne Sparring geht es nicht. Aber wir müssen uns nichts vormachen. Das Kleben bleiben an den Armen des Gegners in einem Sparringskampf ist doch eher schwierig. Aber, ne, auch, ne, da müssen wir in den Infight reingehen. Auch gegen einen Boxer müssen wir in den Infight reingehen. Egal ob Kickboxer oder Boxer an sich. Das Problem ist, das beherrschen nur die wenigsten. Und ich stimme dazu, Chris Mann. Also, ja, es kann funktionieren, aber es ist natürlich schwierig. Muss man trainieren, ne? Ansonsten wäre es ja ein ganz normaler Schlagabtausch und dann können die auch Boxen machen. Ne, also man muss es schlichtweg trainieren und üben. Und es ist schwierig, aber es geht. Es geht auf jeden Fall. Dann schreibt der gute Chris weiter. Dein System ist hartes Wing Chun. Sieht man an deinen Formen, da ist Pfeffer dahinter. Das soll funktionieren. Kampf statt Kunst. Okay, genau. Wir betreiben ein sehr, sehr offensives Wing Chun-System bei uns hier. Also, da geht es wirklich darum, dass das Primärziel sein soll, den Gegner wirklich wegzupflastern. Völlig unabhängig, mit welchem Fremdstil ich es zu tun habe oder einfach nur mit dem besoffenen Typen auf der Straße. Wir müssen in der Lage sein, mit jedem dieser Stile zu Rande zu kommen. Das ist unser Anspruch. Das kann man mal so festhalten. Ob das schlussendlich funktioniert in der jeweiligen Situation, das wird die jeweilige Situation zeigen, ob man sich da sicher fühlt oder nicht. Ich persönlich kann für mich einfach nur sagen, jo, es funktioniert. Auch gegen einen Kickboxer auf der Straße. Alles schon gehabt. Überhaupt kein Problem. Hat alles geklappt. Hängt natürlich auch mal davon ab, weil es der andere für ein Typ. Also, wenn er nicht damit rechnet, nicht kampferprobt ist. Gilt aber für denjenigen, der WT praktiziert, ganz genauso. Also, der den ersten Schlag landet, der obsiegt in der Regel auch. Ja, und dann geht es darum, wie wir unser Wing Chun eben betreiben. Also, wie ich gerade schon sagte, wir haben ein sehr, sehr offensives Wing Chun. Bei uns geht es auch richtig zur Sache. Wir machen ordentliches Sparring. Und zwar im Leichtkontakt, im Semi-Kontakt und im Vollkontakt prügeln wir uns. Das ist auch richtig und auch wichtig so. Und die Formen, da sieht man das schon, dass wir das sehr, sehr hart machen. Also, sehr, ich sage mal, dynamisch die Formen laufen. Ja, warum ist das so? Ja, weil das ist nun mal das Grundprinzip des Wing Chun. Also, das habe ich mir nicht ausgedacht, sondern du kannst die Formen als Fortgeschrittener nicht nach fünf Jahren immer noch laufen wie ein Anfänger und weich und nachgiebig sein. Das ist nicht das Ziel. So macht man das als Anfänger. Und irgendwann kommt die Power dahinter, die Kraft dahinter, die Dynamik dahinter, die du einfach auch brauchst für einen richtigen Kampf. Ich meine, mit ständig Ausweichen und Nachgeben gewinnt niemand einen Kampf, sondern ein bisschen K.O. geschlagen. Und wer das nicht glaubt, geht mal einfach in den Boxclub und macht mal mit denen Wing Chun dann da. Die werden euch schon auf den Boden der Tatsache zurückholen. Also, unser Wing Chun ist ein sehr harter Stil, offensiv, aber nach allen Wing Chun Prinzipien, die das System nun mal auch zu bieten hat. Also, wir gehen nicht Kraft gegen Kraft, voll brutal. Zieht sich der Gegner zurück, dann bleiben wir kleben, wir wollen hinterher gehen und so weiter. Also, die Prinzipien beherzigen wir sehr wohl. Nur bei uns ist es nicht dieses Weichspüler Wing Chun, was man ganz oft aus anderen Verbänden vielleicht kennt oder kennengelernt hat, weswegen ja Wing Chun auch einen schlechten Ruf hat. Das muss man ja nun mal sagen. Also, wer sich gerne mal die Form angucken möchte, hier oben kann ich mal die Playlist verlinken zu unseren Formen. Und dann kann sich ja jeder selbst ein Bild machen. Ja, genau. Und dann schreibt er hier zu guter Letzt, dass es bei der EWTO Jahre dauern würde, bis man die Beauty-Techniken zum Beispiel lernt. Als Chris Mann dann zum Jet Kundo gewechselt hat, dann hat er sofort die praktische Erfahrung mit Holzpuppen-Adaption vorgesetzt bekommen. Praxistraining halt, sagt er selber, bewertet er das selber. Und ja, findet das Video gut und freut sich auf den Podcast. Ja, den Podcast kann ich auch mal verlinken für euch. Und das ist das große Problem. Auch bei uns ist es, muss ich fairerweise sagen, so, dass wir natürlich eine gewisse Struktur haben. Wir haben ja auch ein Graduierungssystem analog eines Trainingsplans. So vergleiche ich das immer. Also, da geht es nicht darum, euch lange klein zu halten und zwölf Schüler gerade durchlaufen zu lassen. Die haben wir übrigens auch gar nicht. Aber du brauchst natürlich eine gewisse Struktur, einen roten Faden, der dich von leicht nach schwer aufbaut, um dich immer besser zu machen, immer besser zu machen. Und es bringt ja nun mal nichts, wenn wir heute miteinander Bongsau trainieren. Morgen kommst du wieder, dann machen wir Jutsau. Das sind alles so Verformungen aus dem Wing Chun, wer es nicht kennt. Übermorgen machen wir dann mal Kettenfauststöße, ein paar Adaptionen. Dann machen wir wieder Tarnsau. Und dann machst du drei Wochen mal irgendwann mal wieder Bongsau. Also, das macht dich nicht gut. Du brauchst die ständige Wiederholung, das ständige Wiederholen von Techniken. Wie Bruce Lee schon sagte, er fürchtet nicht den, der tausend Tritte einmal trainiert hat. Er fürchtet den, der einen Tritt tausendmal trainiert hat. Nach diesem Konzept müsst ihr euch das vorstellen. Und bei uns ist ein Graduierungssystem einfach nur der Weg zum Ziel, nämlich mit Sinn und Verstand didaktisch das Ganze aufzubauen. Und zur Trainingsdidaktik, also wie kann ich gut und für mich schlau Wing Chun lernen. Da gibt es ja auch schon ein Video zu, wenn die Theorie dazu mal interessiert. Sehr interessantes Video, habe ich hier oben verlinkt. Hat die Community übrigens mal bei mir im Community-Tab abgestimmt und gesagt, Dom, das wollen wir ganz gerne mal als nächstes sehen von dir. Und ich glaube, das Video ist ganz interessant für dich. Wenn dich das interessiert, schaust du dir auf jeden Fall an. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Chris Mann, danke für deinen Kommentar. Und euch da draußen wünsche ich alles Gute. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Euer Dom. Ciao.